Diese Lebensmittel solltest du vor einem Flug nicht essen. Im Flugzeug ist deinem Magen besonders vielen Stressreizen ausgesetzt. Zum Beispiel wegen der Turbulenzen, dem geringen Luftdruck oder wegen deiner Flugangst. Und funktioniert deshalb eben nicht 100% so wie am Boden. Vermeiden solltest du deshalb frittiertes Essen, da das eben nicht so gut verdaut wird und dir eher schwer im Magen liegt. Salat, der... Ach, Salat! 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 Salat, der führt... Zweitens, Salat, der führt nämlich auch wegen des geringen Luftdrucks zu einem Blähbauch und unangenehmen Momenten. Genauso wie Bohnen, Weißkraut oder Linsensuppe. Drittens, durch Zwiebeln, Knoblauch, starke Gewürze oder Fleisch riechst du außerdem etwas strenger und deine Sitznachbarn danken es dir, wenn du vor dem Flug darauf verzichtest. Viertens, das Trinken von Alkohol. Das führt nämlich dazu, dass dein Körper mehr Wasser verliert und du deshalb häufiger aufs Klo rennen musst. Fünftens, Kaffee. Der könnte dich aufgrund der aufputschenden Wirkung in stressigen Situationen noch gestresster machen. Und auch hier musst du öfter das WC aufsuchen. Im nächsten Video gibt's Tipps, was du stattdessen vor dem Flug essen solltest.